Ja, moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Singleplayer-Projektes im Landwirtschaftssimulator 17. Ein Feld ist schon mal fertig. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum Ende des Jahres. Bis dahin müssen ja alle Felder abgeerntet sein. Das heißt, ich muss auch für die Stellen, die der Helfer ausgelassen hat, nacharbeiten. Und nun geht's zurück zum Hof. Den Wehtrescher soweit transportfähig machen. Den Korntank werde ich noch mal vor der Abfahrt noch mal ausleeren. So, und abkuppeln. So, jetzt heißt es einmal abtanken. Und danach kann der dann auf Feld 24 fahren. Und dort wird dann noch das restliche an Sojabohnen zusammen geerntet. Und dann war's das erstmal mit dem Ernten. Na, viel war das jetzt halt nicht. So, nun geht's zum Feld 24. Die haben echt wieder viele Eier gelegt. Ja, Feld 24 ist uns soweit fertig. Und hier kann ich ja dann mit dem Flug dann, das wäre dann das letzte Feld, was da noch auf dem Plan steht. Wir müssen bloß richtig positionieren. So, und jetzt kann der Helfer wieder übernehmen. Den nutze ich als mobiles Lager und hier kann es dann mit dem Pflügen weitergehen. Aber viel Zeit ist ja nicht mehr. Und da ist das komplette Feld dann abgeerntet sein muss und alle Felder gepflügt sein müssen. Ich hoffe mal, dass ich in der Folge noch mit dem Feld Nummer 15 noch beginnen kann. Ein Stück zur Seite. Das ist der Vorteil, wenn man mit einer etwas geringeren Arbeitsbreite arbeitet, aber blöderweise vergisst, den Flug auch zu senken. Und dann bleiben dann noch zwei, vier, fünf Bahn. Das geht schnell. Und vielleicht 15 ist halt nun mal nicht das größte Feld. Aber bei 20 Metern gibt er dann so ein Zeichen, dass das Feld dann zu Ende ist beim GPS. Und dann geht's. Und dann geht's. vor allem muss ich sagen das ernten kostet also mithelfer kostet nicht so viel wie das ansehen mithelfer als nächstes was hier angesiedelt wird ist sowieso erst mal wieder die zwischensaat der ölrettich damit ist das feld dann wieder gedüngt kriegt wieder den ordentlichen ertrag dabei rum und mineralten nicht dünge mittel kosten halten mal sehr viel und da war es das mit dem schild na kommst du wehr das soll hier nicht den laufenden verkehr behindern obwohl hier noch nie ein auto lang gefahren ist ich kann mir auch vorstellen dass ein rumliegendes schild auch den reifen von so ein traktor zu beschädigen könnte auch noch eine mod die mir anzeigt wie voll eigentlich da mähdrecher ist falls irgendjemand da einem so eine modifikation kennt gerne mit link in die kommentare weil ich froh darüber gerade wenn man wie ich nur alleine mithelfern spielt dann bräuchte man wirklich so eine übersicht ich weiß er ist jetzt noch so so voll da müsste bald entweder zwei bei saargut als beispiel genannt nachgefüllt werden oder beim ernten der sitz vom frühstand her jetzt bei 80 prozent ich sollte mich jetzt mal langsam breit machen mitten abtanken also vorletzte bahn auf diesem feld dann ist auch das feld fertig und ich meine solange das halt nur vier felder sind geht das ja noch ich meine ich könnte ja wieder ein neues feld kaufen aber welches wäre dann das beste ich glaube feld 7 das hatte ich ja schon mal vorgesehen gehabt aber dann habe ich mich ja für feld 24 entschieden und es heißt also ich müsste dann halt wieder sparen und 4 1 halb gehen dann nochmal für den nun hochdruckreiniger drauf auf jeden fall dieses gespann hier wird auf jeden fall zu silvester sauber gemacht werden dass sich der helfer noch nicht sofort gemeldet hat nach dem motto hier ich bin voll wundert mich gerade so auf zum nächsten feld so jetzt geht's auf feld 15 so am 90 grad drehen und am absenken geht also doch dass ich das feld zum noch beginne der helfer auch schon fast fertig und das feld geht ja ich zügig vonstatten so 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 aber ganz schön ausgefahren ist hier an den seiten aber ich krieg bis zum ende der folge also gut dann gibt es heute wieder folge mit überlänge also wenigstens die hälfte des feldes schaffe einmal komplett zu kuppern so 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 und die methode ist echt gut die ich anwende mit dem jeweils eine bahn freilassen Und dann auch mit einer etwas geringeren Arbeitsbreite als normal. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte hier mit einem kleinen Flug, denn ich hier das Feld damit abarbeiten würde, ich glaube, da würde ich nicht vor Ende nächsten Jahres fertig werden. Gut, das ist jetzt übertrieben, aber gut. Ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass es so lange dauern würde. Moment mal, der fährt immer noch? Der ist ja immer noch in Bewegung. Hat der am Loch einen Korntank? Wundert mich gerade ein bisschen. Jetzt hat er einen Korntank, kurz vor Ende. Ja, natürlich. So, die letzte Bahn für heute pflügen. Ja, und in dem Sinne bedanke ich mich wieder herzlich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge des Landwirtschaftssimulator 17. Geht'sinn.